Moin zusammen, ich bin die Lex Schnitter und aus ergebenem Anlass heute ein kurzes Video und zwar, wie man eine Mod updatet. Also ich wurde jetzt schon ein, zwei Mal gefragt, hey, ich habe noch nie eine Mod geupdatet, wie geht es überhaupt oder aktualisiert und was muss ich tun? Und das zeige ich euch heute. Das ist recht simpel, recht einfach. Ich habe ja einen lokalen Server und in der Regel habt ihr eventuell eine VM oder ein Root etc. Dann müsst ihr natürlich über FileZilla oder WinSCP dann auf den Server gehen. Ihr kennt das ja mittlerweile schon ein bisschen. So, dann, was ich immer mache, ist einmal den Original Daisy Launcher öffnen, gehe auf Mods und dann schaue ich nach, okay, je nachdem, bei welcher Mod er gemeckert hat. Ich weiß, dass Daisy Bundle aktualisiert wurde am 16.10. Und was ich immer mache, als allererstes, so mein Workshop-Folder, also damit ich wirklich sicher bin, dass es aktuell ist, einmal auf Reparieren. Hier unten auf die drei Punkte öffnen, reparieren. So, damit wird Steam quasi gezwungen, sofort den Download zu starten und die Aktualisierung runterzuladen. Ihr müsst nie irgendwie eine Mod deabonnieren und wieder abonnieren. Spart euch diese Zeit. Es gibt Mods, die sind zwei bis drei Gigabyte groß, wenn nicht auch noch größer. Und mit dem Reparieren wird dann wirklich nur das, was aktualisiert wurde an der Mod, auch runtergeladen. Er hat jetzt hier direkt geprüft, hey, ich habe überhaupt nichts. Das ist schon aktuell und dann macht er auch nichts mehr. Aber ich kann mir in dem Moment sicher gehen, dass ich jetzt im Workshop aktuell bin. Dann öffne ich meinen Workshop und wieder meinen Server. Den Server schiebe ich hier bei mir jetzt auf die rechte Seite, links meinen Workshop-Folder. Dann suche ich mir die entsprechende Mod aus. Und was ich mache, immer komplett, also ich gehe in den Ordner der Mod rein. Den lösche ich überhaupt nicht, sondern im Ordner lösche ich alles, was drin ist. Einmal STRG A, dann Entfernen, wird alles gelöscht. Jetzt in meinem Workshop-Folder, da öffnen wir, genau, die gleiche Mod natürlich. Und hier wollen wir jetzt natürlich die aktuellen Files, also man sieht es auch hier in Add-ons, wurde eine Veränderung gemacht am 16.10. Der Keys ist noch vom 1.9., also weiß ich, brauche ich auch keinen Key zu ändern. So, STRG C, STRG V und schon kann ich meinen Server wieder starten und diese App wäre aktualisiert. Jetzt habe ich gesehen, dass ich noch die Licensed habe. Das weiß ich gar nicht. Guckt mal, die ist auch vom 16.10. Entfernen, jawohl, auch vorher einmal reparieren. Dann STRG A, Entfernen auf der Server-Seite. Und hier im Workshop gehen wir natürlich dann in das Folder, STRG A, STRG C, kopieren auf den Server, STRG V, Ebola. Sind wir durch. So, ansonsten empfehle ich immer, ich habe das hier einmal schon geöffnet, weil das jetzt der Market, wir haben jetzt das Bundle. Bundle, wo haben wir das Bundle, da haben wir das Bundle und hier müssten auch unter Änderungen dann die ganzen Change-Logs stehen. Lest euch das bitte durch. Hier hat der Entwickler die Möglichkeit, euch Nachrichten zu geben. Bitte beachtet dies, bitte macht jenes. Das wurde geändert, ihr müsst die und die Datei vielleicht von einem GitHub oder so ersetzen. Schaut euch immer auch hier die Change-Logs an. Das ist ganz wichtig, denn nachdem ihr dann das Update hochgefahren habt und es kommt dann trotzdem, der Server kackt ab, er startet überhaupt nicht, dann seid ihr auf Fehlersuche, mein Gott, was ist denn jetzt hier los? Und das könnt ihr vermeiden, indem ihr das euch hier ruhig einmal anschaut. Ansonsten, wer jetzt im Englisch nicht so stark unterwegs ist, es gibt mittlerweile, weil über Google kann man sich mega übersetzen lassen, kopiert euch das dann einmal rein und dann habt ihr das dann auch auf Deutsch. Das macht Google mittlerweile schon relativ anständig. Genau, so, dann seid ihr good to go. Der Server kann gestartet werden und ihr habt dann die Mod aktualisiert. Es kann auch sein, wenn du einen Root-Server wie ich hast, dass du den CF, also den Omega-Manager nutzt, dann macht der das für dich schon komplett automatisch. Der sucht, glaube ich, alle fünf Minuten, forstet der Steam durch nach Updates, gibt auch eine In-Game-Nachricht, dass der Server jetzt also einen Mod-Update hat, lädt das schon runter, startet also aktualisiert das in dem jeweiligen Ordner und startet den Server völlig selbstständig neu. Das ist natürlich ein bisschen Luxus. Ich habe ihn zu schätzen gelernt, aber ganz zu Anfang, weil wir unseren, wenn wir ein VM oder am Anfang hatten wir auch nur ein VM im Game-Server und da war das für uns hier absolut Programm, immer hier händisch dann die Mods zu aktualisieren. Es bietet leider auch nicht jeder Anbieter an bei Game-Servern, dass die Mods automatisch aktualisiert werden. Ist eigentlich schade, aber so ist der Stand heute noch. Gut, dann sind wir auch schon durch, recht kurz und knackig. Ansonsten als nächstes Video, dauert gar nicht mehr so lange, werde ich einmal in den Daisy Expansion Market ganz tief in meiner Nase reinstecken. Da installieren wir dann einen neuen Waffen-Mod, fügen ein paar neue Klamotten hinzu und das dauert auch gar nicht mehr allzu lange. Super, dann würde ich sagen, bleibt gesund. Ich bin die Leckschnitte und bis zum nächsten Mal. Ciao.